Hallo und herzlich willkommen beim Sparkassenverband Baden-Württemberg. Mein Name ist Nadine Heldmeier, ich bin Personalreferentin beim Verband und teile mal die Stelle mit. Mein Name ist Melanie Groß und ich bin genauso Personalreferentin beim Verband. Wir wollen heute kurz darstellen, wie der Bewerbungsprozess beim Verband abläuft. Wir haben alle unsere Stellen auf unserer Homepage unter www.sv-bw.de Wenn Sie erste Fragen haben, klingeln Sie einfach kurz bei uns durch. Wir sind jederzeit telefonisch erreichbar und freuen uns im Nachgang auf eine erste unkomplizierte Bewerbung. Einfach nur mit Lebenslauf. Weitere Unterlagen fordern wir zu einem späteren Zeitpunkt nach. Wir werden dann im Nachgang mit Ihnen ein Online-Gespräch vereinbaren, ca. 30 Minuten. Sie haben die Möglichkeit uns kennenzulernen, wir haben einen ersten Eindruck von Ihnen und würden dann als zweites Gespräch ein Präsenzgespräch hier bei uns in den Räumen am Bahnhof in Stuttgart vereinbaren. Von daher schauen Sie gerne auf unsere Homepage unter www.sv-bw.de Dort finden Sie all unsere ausgeschriebenen Stellen, beispielsweise in der Prüfungsstelle, den Associates in der Wirtschaftsprüfung oder auch den Wirtschaftsprüfer. Wir suchen auch immer Verbandsprüfer und freuen uns auch über Bewerbungen für unsere Sparkassenakademie. Da sind derzeit ein Sachbearbeiter und ein Berater ausgeschrieben. Vielen Dank und bis bald beim Sparkassenverband. Wir freuen uns. Findung auf 4 Minuten. Langetischen Eunichen Ging weiter Vielen Dank.